ja liebe freunde guten tag ihr ahnt worüber ich heute ansatzweise sprechen muss obwohl ich das vielleicht gar nicht so gewollt hätte natürlich geht es um die wiederwahl von donald trump ich habe das ganze genannt trump 2.0 tragödie oder farce? zunächst mal noch etwas zum thema also beziehungsweise zum titel tragödie oder farce das geht natürlich zurück auf ein marx zitat wo er auf ein hegel zitat rekurriert hegel sagt alle großen historischen ereignisse seien sozusagen zweimal vorbekommen hätten sich zweimal ereignet einmal er habe nur vergessen hinzuzufügen einmal als tragödie und einmal als farce war die erste wahl von trump ein historisches großes historisches ereignis fragezeichen ist die zweite wahl wird sie noch zu einem großen historischen ereignis werden was bedeutet kann in diesem zusammenhang tragödie oder farce bedeuten wir werden das sehen wir sind sozusagen mittendrin we are all in the movie gut trump ist also jetzt noch nicht gewählt worden das geht nicht direkt in den vereinigten staaten das geht über die wahlmänner und wahlfrauen mittlerweile dazu werde ich jetzt wenig sagen da müsste man komplex über das wahlsystem in den vereinigten staaten und seine geschichte reden die im übrigen außerordentlich interessant ist man lernt ja sehr viel über amerikanische geschichte vom späten 18 jahrhundert bis in die gegenwart das kann ich im zusammenhang hier nicht tun weil ich mich auf etwas anderes konzentrieren möchte zunächst mal dürfte uns allen mir aber auch euch aufgefallen sein wie erstaunt doch manche professionelle beobachter von der trump wiederwahl trams waren beziehungsweise von den stimmen die er für eine wiederwahl erlangen konnte darüber haben sich menschen journalistinnen und andere politologinnen und wie gesagt professionelle beobachter und analysten doch sehr gewundert und das erste was wundern sollte verwundern sollte ist dieses wundern der vermeintlichen fach männer und fach frauen noch mal was vielleicht schon bekannt sein sollte worauf ich schon in verschiedenen vorträgen hingewiesen habe donald trump ist bestandteil eines größeren historischen zusammenhangs einer alle mindestens westlichen länder umfassenden oder post faschistischen bewegung bewegung ist vielleicht nicht ganz richtig weil man da immer so an eine mehr oder weniger straff geführte bewegung denkt das ist aber nicht gemeint man könnte eher von strömung reden und proto faschistisch das muss auch geklärt werden es geht also nicht nur um die person donald trump ganz klar sondern es geht um verhältnisse auch und insbesondere politische verhältnisse die so eine person wie trump möglich gemacht haben und da glaube ich muss man sehen dass es sich doch um etwas neues handelt es handelt sich um eine hybride form des politischen dass die sich zusammensetzt aus traditionellem konservatismus klerikalem konservatismus oder auch prä oder proto faschismus besonders in den vereinigten staaten neoliberalismus aber auch anderen formen die man also ordoliberalismus nennen könnte also die vorstellung dass kapitalismus nur funktionieren kann liberalismus in der wirtschaft nur funktionieren kann wenn der staat bestimmte aufgaben wahrnimmt bestimmte regelungen vornimmt bestimmte regeln erlässt etc etc aber auch ein neoliberalismus der also speziell im ökonomischen bereich kennzeichnet ist und man könnte einige andere aspekte auch nennen und darunter und das ist eben ganz entscheidend durchaus momente elemente faschistischer herrschaft faschistischer herrschaft also ein überlegener führer der in der lage ist quasi einer woher auch immer abgeleiteten wie auch immer begründeten autorität einzugreifen und die geschicke im interesse der nation der des identitären und des identischen volkes zu leiten und dergleichen mehr das alles aber kommt zusammen das ist eine höchst widersprüchliche melange und gerade in dieser widersprüchlichkeit und das wäre jetzt ein erster großer einwand gegen traditionell oder im moment auch allen betriebene oder versuchte analyse gerade in dieser widersprüchlichen melange liegt der erfolg dieser mischung ja also man sollte sich nicht darüber verwundern warum das ganze dann eben doch so erfolgreich ist wo es so widersprüchlich ist nein es ist widersprüchlich und es ist erfolgreich weil es widersprüchlich ist was ist der hintergrund vor dem sich dies abgespielt hat und weiterhin abspielt und eben nicht nur in den usa abspielt es ist die entwicklung einer von vielen menschen als bedrohlich empfundenen modernisierung ich habe das ja in anderen vorträgen bereits als post fordistische modernisierung gekennzeichnet neoliberal wäre da ein anderer begriff der aber auch nicht so ganz treffend ist weil es eine ganze reihe von anderen bestandteilen gibt ich habe gerade darüber gesprochen die sich also mit dem oberbegriff neoliberal gar nicht treffen lassen diese als bedrohlich wahrgenommene modernisierung kann deshalb als bedrohlich wahrgenommen werden weil die erfolgsversprechen die mit der neoliberalen modernisierung mit der post fordistischen modernisierung verbunden sind natürlich nicht von allen menschen geteilt werden können es gibt verlierer massiv sogar und die anzahl der modernisierungs verlierer ist so groß dass auch diejenigen die modernisierung als bedrohlich empfinden können die gar nicht zu diesen verlieren gehören man soll sich also vor dieser immer auch etwas apologetisch gemeinten charakterisierung hüten dass also nur die ja die ausgesonderten die die ausgeschlossenen eben die marginalisierten nach rechts driften und die anderen eben nicht und wenn es dann anders kommt dann verwundert man sich eben warum es anders kommt nein es ist tatsächlich mindestens mal in allen entwickelten kapitalistischen ländern westlichen ländern hätte man früher gesagt der fall diese rechtsbewegung bis hin also in rechtsextreme bedeutungen hinein die hat ist eben nichts was ich auf ausgeschlossene auf marginalisierte reduzieren ließe sondern die geht weit darüber hinaus die geht weit hinein also in teile der sogenannten bürgerlichen mitte und diese sogenannte bürgerliche mitte ist ein mobilisierbares potenzial für entsprechende politiken also für das was die afd in deutschland betreibt was diverse organisationen in italien betreiben von national der jetzt rassemble national hast in frankreich und dergleichen mehr ich will das nicht alles wiederholen weil wir haben häufiger darüber gesprochen was passiert da eigentlich ich kann verweisen jetzt mal was ich mit einer gewissen perversen freude immer gerne tour auf alice weidel die sofort gesagt hat naja also die amerikanischen arbeiter die haben trump gewählt und da zeigt es sich mal wieder was zeigt sich da naja klar auch die deutschen arbeiter werden nicht dran wählen können die nicht aber afd wählen also die waren afdler waren doch sehr froh über über die wahl von trump und haben sie in gewisser hinsicht als vorbildlich betrachtet so nach dem motto wenn der das kann dann können wir das schon lange und ja da haben sie vielleicht auch nicht ganz unrecht was ist jetzt eigentlich der tiefere grund dafür dass das trump von so vielen menschen doch gewählt wurde der tiefere grund also es gibt nicht ein grund es gibt mehrere ich will mich aber auf einen wesentlichen beschränken deshalb weil er ja aber ihn für wesentlich halte und weil er wie ich meine einfach immer zu kurz kommen in allen politischen analysen und debatten man darf nicht vergessen dass ein von nicht durchschauten waren beziehungen strukturiertes bewusstsein nach personalen agenten sucht die eine von ihm bedrohlich als empfundene von ihm gefrüchtete modernisierung verantworten sollen es sind die falschen politiker die die falsche politik machen es ist das was also in afd jargon in schlechter tradition übler tradition links grün versifft heißt und ihr kennt entsprechende formulierungen von trump aber nicht nur von sondern auch der GOP der grand old party also der republikanischen partei in den vereinigten staaten das wirkt mitunter sehr lächerlich wenn also trump erzählt dass jetzt migranten massiv haustiere fangen und schlachten und aufessen es wird schon weniger lächerlich wenn er auf das genet die schlechten gene der migranten verweist die das blut der amerikanischen nation verderben und so weiter da sind wir also mittendrin also in einer faschistischen argumentation entscheidend ist glaube ich eines die konkurrierende organisation die demokratische partei in den vereinigten staaten hat deshalb so große oder große schwierigkeiten gegen diese art von demagogie vorzugehen auch argumentativ argumentativ vorzugehen weil sie bis zu einem gewissen grade mit genau dieser modernisierung in verbindung gebracht wird der von mir sehr geschätzte publizist volker weiß hat seinerzeit schon darauf hingewiesen dass bei trump 1 sozusagen bei der ersten wahl von trump die ja noch sehr knapp ausging im vergleich zur jüngsten wahl ein grund dafür dass er von vielen menschen gewählt wurde auch von vielen die man jetzt so traditionell der arbeiterklasse dem proletariat der hart arbeitenden bevölkerung zurechnen würde ein grund dafür bestand zum beispiel in den clintons in william also bill und hillary clinton die wahrgenommen wurden mit einer gewissen berechtigung wahrgenommen wurden als vertreter von eines finanzmarkt getriebenen kapitalismus als agenten der bedrohlichen postfraudistischen modernisierung und dergleichen mehr die demokratische partei erinnern wir uns daran war in den 60er jahren und eigentlich ist sie das bis zum gewissen gerade bis heute geblieben partei der bürgerrechtsbewegung gewesen der mindestens mal gleichstellung von schwarzen in den vereinigten staaten eine partei die sich also um frauenrechte bemüht bemüht hat und weiterhin bemüht um die rechte von lgbtq people und so weiter und so fort und dies gilt natürlich jetzt dem sozusagen von verdicklichungsmechanismen betroffenen bewusstsein als ja wie soll man sagen eine personifizierung der als bedrohlich gefürchteten modernisierung postfraudistischen modernisierung das sind diejenigen die das betreiben und wenn wir also etwas wollen was uns nützt unseren klammer auf auch materiellen klammer zu interessen dann müssen wir uns gegen diese leute wären das heißt die bedrohlich als bedrohlich empfundene modernisierungstendenz nicht nur tendenz die entwicklung die wird eben menschen in die schuhe geschoben für die werden menschen verantwortlich gemacht die eigentlich damit gar nichts zu tun haben die vielleicht auch ausdruck dieser art von modernisierung sind dies aber bestimmt nicht durch ihr tun durch ihr handeln durch durch ihre politische aktivität betreiben und was dahinter stellen also was jetzt erwartet wird sozusagen als etwas paradox formulieren dystopische utopie das ist ein zurück zu den vermeintlich guten alten zeiten es ist ja interessant dass zum beispiel trams slogan bei trump 1 wie bei trump 2 ja nicht gelautet hat irgendwie we will build a new america wir werden das neue amerika schaffen oder so etwas sondern make america great again also eine gewissermaßen nach hinten und aus der vergangenheit sich speisende utopie wenn wir nur dahin zurückkehren zu den ich würde jetzt mal in meinem sagen schlechten alten zeiten aber manche für manche leute waren es die guten alten zeiten wo also die gigantischen industriebetriebe die massiv fossile rohstoffe gefördert werden und verfeuert werden wo der gute alte verbrennermotor massiv gebaut wurde detroit beispielsweise und diesen gegen den der vereinigten staaten und 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 wenn wir da wieder hinkommen dann wird sich also das phantasma der guten alten zeit dann doch verwirklichen phantasma deshalb weil die guten alten zeiten so gut natürlich nicht waren und weil die auch ihre verlierer hatten und und die die post die europa listische modernisierung weißgott verlierer kannte aber das spielt jetzt erstmal kaum eine geringe rolle weil bei dieser dystopischen utopie genau also an solche bewusstseinsstrukturen angeknüpft werden kann und warum gelingt es einem politiker wie trump besonders gut weil er eben gerade in seiner widersprüchlichkeit und in seiner durchaus auch vorhandenen lächerlichkeit doch im grunde genommen etwas ja verkörpert etwas mit präsentiert nämlich und da komme ich jetzt wieder zu dem was ich präfaschistisch monofaschistisch genannt habe zu dem dem großen führer der eingreifen kann und der quasi autorität gabe berufung hitler hat von vorsehung gesprochen berufen ist eben das was eigentlich vielleicht unbewusst als unmöglich als und nicht zu verwirklichen doch geahnt wird doch noch zu verwirklichen also da ist jemand der eingreift die auf eine art und weise eingreift die auch nicht neoliberal ist also wenn jetzt kam zum beispiel nicht nur jetzt sondern davon spricht dass der handelskrieg geführt werden muss es gibt schutzzölle es gibt strafzölle es gibt den präsidenten also trank natürlich der die zinspolitik der fair reserve der amerikanischen zentralbank bestimmt der die größte deportation der weltgeschichte durchführt also alle bösen migranten die haustiere essen und den genpool verderben die werden jetzt irgendwo hin zurückgeführt jetzt bin ich mal ganz zynisch und sage da fehlt ihm so ein bisschen die historische bildung egal was er da an schlimmen dingen tun wird er wird es nicht schaffen mit der größten deportation da gab es andere deportation in der geschichte ja das ist nicht schön das ist auch kein grund darauf stolz zu sein aber man muss eben sehen das muss man bedenken wenn man die terminologie hört und über die terminologie nachdenken gut und wer also etwas wer sich gegen schule gegen people of color lgbtq und so weiter ausspricht wer abrückt von der bloß liberalen auffassung das sei doch nun schließlich sache eines jeden menschen seien wie auch immer gehaltenen präferenzen zu leben wenn er nur keinen anderen menschen schaden zufügt ja das alles ist nicht liberal das alles ist mindestens mal autorität autoritär aber auf eine art und weise autorität dass also liberale in anführungsstrichen liberale andere traditionelle konservative neoliberale daran anknüpfen können und wenn man sich dass das kabinett ansieht oder dass das designierte kabinett die leute die da jetzt für diverse ministerposten vorgesehen sind dann ist das eben nicht nur so eine tramsche kasperei die man da sehen kann sondern es sind knallharte reaktionäre bis sagen wir mal ja faschistoide politiker politiker politikerinnen und politiker und mehr politiker als politikerin die eine entsprechende politik umsetzen sollen und die durchaus auch eine bestimmte art und weise viel intelligenter und irgendwo auch gefährlicher sind als tram und irgendwo auch wieder nicht gefährlicher als tram fall die nämlich jemanden wie tram brauchen wir mit einem bestimmten charisma dass diese politikerinnen vielleicht nicht haben in der lage ist eine solche politik zu verkörpern und wählerstimmen zu organisieren also noch mal dieses autoritäre gebaren von trump die inszenierung als großer politischer führer und ihr kennt alle diese phrasen nicht ich brauche nur einen tag dann ist der krieg in der ukraine beendet und für nach ost braucht er vielleicht ein paar tage länger also wenn man doch nur will und wenn man nur die richtige politik betreibt und das auch durchsetzen kann und ich weiß nicht vom lieben gott der vorsehung oder von sonst eben wem begnadet oder von irgendwas begnadigt nicht begnadet ist dann gelingt das alles das kommt uns ich hoffe auch lächerlich vor ja aber gerade das ist es nicht nur nicht ausschließlich obwohl es das auch ist das ist eine art der inszenierung eine art der repräsentation einer ganz bestimmten politischen hoffnung einer dystopischen utopie die im höchsten maße gefährlich ist und die gerade in ihrer widersprüchlichkeit und gerade als autoritäre inszenierung und als autoritäres autoritatives vorhaben im höchsten maße gefährlich ist und deshalb noch mal ich glaube also ich möchte gar nicht so unbedingt darüber nachdenken ist das jetzt traditioneller faschismus oder nicht traditioneller faschismus ist es nicht es ist eine hybride form rechtsextremer herrschaft die gegenwärtig inszeniert wird die aufgebaut wird die durchaus mit verschwörungstheoretischen vorstellungen arbeitet sehr stark arbeitet diese bestrekt bestärkt befeuert andererseits aber sich auch von denen belehren lässt und die aufgrund dieser ja wie soll ich sagen also dieser dystopischen melange erfolgreich war und vermutlich auch noch für einen gewissen zeitraum erfolgreich sein wird noch mal ist es nicht nur die afd die das jetzt als vorbild nimmt ich erinnere mich vor ein paar tagen gab es ein interview mit dem chef volkswirt der deutschen bank war es glaube ich wer also trump nicht direkt gelobt hat der hat den namen gar nicht erwähnt aber gesagt amerika wird jetzt also in vielerlei hinsicht eine vorbildliche politik betreiben ja also es werden vor allem im sozialen einschnitte gemacht einschnitte vorgenommen da ist jetzt ihn und maske als sozusagen wie soll man sagen beauftragter ohne konkreten geschäftsbereich beauftragt worden jetzt die kosten zu senken wissen ja die staatsausgaben zu senken das heißt natürlich materielle verschlechterung von menschen die auf die ohnehin also kaum vorhandenen transfereinkommen angewiesen sind eine entsprechende weitergehende schlechterstellung von von ohnehin marginalisierten gruppen der amerikanischen bevölkerung und das ganze wird nur funktionieren mit einer noch massiver werdenden demagogie die auch nur rassistisch sein kann die nur faschistoid sein kann denn wie gesagt es ist ja nicht vorgesehen den militär etat zu kürzen da einzugreifen und gott bewahre das muss natürlich vermutlich ausgebaut werden make america great again sondern das geht also gegen die teile der bevölkerung von denen man glaubt dass man sie mindestens mal nicht braucht beziehungsweise wenn man sie nicht braucht dass sie eigentlich überflüssig sind und die dann eventuell auch irgendwohin deportiert werden sollen und müssen ja was da jetzt also herauskommt tragödie oder farce das werden wir sehen ja nochmal we are all in the movie da lege ich mich nicht fest ich kann nur im moment sagen also wir gehen schlimmen zeiten entgegen wir gehen wir nicht nur entgegen wir sind mittendrin und die aussicht dass es besser wird ja was würde ich sagen die ist nicht so gut ich sage jetzt mal sehr pathetisch sozusagen seid realistisch verdankt das unmögliche trotz alledem und alledem venturemus tschüss so Bis zum nächsten Mal.